Willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Solo-Sessione. Jo, ich probier's einfach nochmal. Weil ich ein bisschen genetzlich bin, dass wir bisher zwei Spiele gewinnen konnten. Ähm, drei Folgen sollten jetzt hier drin sein. Und danach, wenn alles klappt geht, spielen wir wieder mit dem Dual zusammen. Das wird ja hoffentlich dann wesentlich besser laufen. Das hat unsere Daten zu Hause gefangen. Damit wir jetzt ein bisschen mehr aufgelenben. Das ist ja hoffentlich, dass wir zwei Minuten abhauen. Das ist ja hoffentlich. Das ist ja hoffentlich nicht. Wirklich, wir sind ja hoffentlich nicht. Das ist ja hoffentlich auch nicht. Das hat das ist ja hoffentlich nicht. Das ist ja hoffentlich nicht. Ach, Spisse, Mann. Oh, schon wieder ein Champ. Ich weiß gar nicht, warum wir so viele Champs-Gegner haben. Nein! Oh, schon wieder ein Champs-Gegner. Oh, nein. Das gibt's nicht. Schön, aber bringt leider nichts. Oh, hoher. Oh, das gibt's nicht so viele Champs-Gegner. Nein! Komm schon, komm schon! Oh, Mist! Schön! Also momentan recht offen, wobei ich einen leichten Vorteil noch beim orangenen Team sehe. Oh, Mist! Schön, dass wir sonst jetzt der Todesstoß hier... ...wesen. Oh, nein! Schön, schön, schön! Oh, Mist! 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 So, gleich auch wieder ein Levelaufstieg! Nice, nice, nice! So kann es noch weiter gehen. Das ist wer blau. Wieso steht der jetzt? Das ist wer, das ist wer, das ist wer. Schade. Schön. Scheiße. Scheiße. Oh, wieso steht ihr denn immer auch nur rum? Ey. Klar. Ah. Im Prinzip auch nur ein Glückstreffer. Hm. Ja. Oh! Toll! Schön! Da ist ja Wasser hinter! Ist mir noch nie aufgefallen! Hä? Hä? Warum? Jetzt habe ich erst überlegt, ob wir jetzt verloren haben. Ich habe mich gerade gewundert, wie das geht. Okay, ich meine, ich nehme es gerne, aber... Na gut. Haben wir das auch bekommen, unberechtigterweise. In der nächsten Folge geht es weiter. Spitze wieder. Bis dann. Ja. 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 Ja.